Ich sehe noch Potenzial bei den Verpackungsherstellern und Entwicklern, dass die Rohstoffe nachhaltig verwendet werden, sodass auch die nächsten Generationen noch darauf zurückgreifen können. Ja, also bei mir selber werde ich jetzt auf jeden Fall, denke ich, im eigenen Haushalt, denke ich mal, schon auch darauf achten, dass es den Sortierern ein wenig leichter macht. Ich denke, dass die Studenten das mitnehmen, multiplizieren an ihre Kommilitonen. Das ist so die Idee und wir müssen jetzt sehen, dass wir vielleicht auch ein paar Episoden aus diesen Besuchen in die Gruppen noch hineintragen, die nicht dabei waren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017